Die Digitalisierung wird für die Arbeitswelt eine große Herausforderung. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft, weil sich kulturell etwas ändert. Natürlich werden Routinetätigkeiten entfallen, natürlich wird bessere Ausbildung, wesentlich mathematisch-informatorische Ausbildung nötig sein. Man denkt immer, naja gut, wo ist das Problem? Früher bei den Automatisierungen ist man in andere Bereiche ausgewichen. Das ist jetzt ein Problem, weil die Digitalisierung in allen Bereichen gleichzeitig zugreifen wird. Die größte Herausforderung aber ist, dass die Maschinen über künstliche Intelligenz viel intelligenter werden. Und wir lernen müssen, mit intelligenten Maschinen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir müssen selber intelligenter werden. Das ist die große Herausforderung.